und damit herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge Orient the Blind Forest mit dramatischer Stelle wir haben Kuros gegen uns und wir müssen hier schnell agieren da macht sich das bezahlt mit dem Atmen und wir müssen uns hier echt beeilen das brauchen wir glaube ich jawohl ok der stirbt automatisch ich kann keine Seelenverbindung erzeugen das heißt wir müssen das wieder alles 10.000 mal machen fuck 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 ich muss in den Baumstamm rein ok ich versuche es heute mal alles ein bisschen ruhiger anzugehen aber ich kann es nicht versprechen vom Mio Ries ich bin und wird der kleine Sack bäaam vielen Dank so jetzt aber da rein auch kann ich keine Seelenverbindung erzeugen muss ich jetzt nächstes hin ich glaube ja ich brauch den wir müssen den nämlich darüber schleudern Ja, komm. Meine. Offen? Offen. So, 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 so. So, wie geht's weiter? Warum kann ich... Ich glaube, ich brauche diesen Baumstamm da unten. Den kann ich nicht. Aber ich kann so runterspringen und... Mich mit dem Baumstamm ein wenig bewegen. In der Hoffnung, dass der mich nicht sieht. Ah, okay. Ah, ich glaube, es ist noch nicht überstanden. Dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen, jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will sie, will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Uri, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir würden nur auf den Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Na klar, Trauerpass. Waren wir sogar schon mal da, wir haben 6% irgendwie erforscht. Äh, ja, es geht immer weiter bergauf und ich weiß gar nicht, ich habe noch so viel zu machen und zu tun. Das ist ja ekelhaft. So, wir haben aber alles soweit. Gut, abgegrosset. Ich muss ja immer mal ein bisschen abchecken, ob das auch alles noch so seine Richtigkeit hat hier, ne. Grüß dich. Bam. Achso, ich habe ja schon gespeichert. Ah, ich bin dämlich. Hui. 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 Leck mich, leck mich. Au. Ah. Au. Uh. Schwinde. Werfen wir auch noch nicht. Bam. Wir werden immer besser. Immer besser. Ist das ein Riesenausrufezeichen? Hm. So, zum Mal rumgucken, oder? Wo war's? Kommen wir gleich hin. Den Kartenstein haben wir aktiviert, soweit ich weiß. Hier ist das Riesenausrufe... Achso, nee, das sieht nur aus. Ja, mach mal. Hauptsache ich krieg die Erfahrung. Oh, hier will ich gerne hoch. Muss ich auch. Sehr schön. Ich muss mich daran erinnern, dass ich selbst immer schön speichern muss. Au. Ja, haben wir's. Nicht, dass wir wieder verrecken gehen, oder auch, kommen wir doch nicht. Wir müssen irgendwie weiter jetzt nach oben kommen. Und wir haben das auch viel nachher noch aufzudecken. Aber das machen wir dann, wenn wir auf dem Weg zum letzten Dungeon sind. Dann müssen wir uns wirklich alles krallen. Ja, ich benutze dich mal. Läuft bei euch. Super. Vielen Dank, Jungs. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie hochkommt, weil was anderes... Das ist ja nur der Dungeon. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Bleibt uns doch nichts anderes übrig. Ahaha, du siehst mich nicht. Eeeh, aber ich dich. Das war ich an. Die Zelle kommen wir noch nicht. Bam. Bam. Geil, oder? Wo? Au. So, zur Sicherheit. Da gibt's doch eben noch was. Ach ja, da kommen wir auch noch nicht ran. Ich fahr... Gas. Merch mich. Ja, für eine Viecher. Da kommen wir auch noch nicht ran, aber vielleicht kommen wir da jetzt hoch. Ah ja. Das sieht doch gut aus. Fähigkeitenzelle. Sehr gut. Ein Fähigkeitenpunkt. Und weiter haben wir den zweiten. Das freut mich auch. Mutti. Ich brauch dich. Ach du Scheiße. Ja, das kenn ich doch nicht. Das kenn wir doch noch. Ja. Gib her deine Erfahrung. Gib her deine Erfahrung. Danke. So, wir sind auf einem guten Weg nach oben. Das werden wir jetzt natürlich auch weiterführen. Wie kommen wir jetzt da hoch? Scheiße. Oh, ich bin da so ein Nappel. Die Spinne. Wir brauchen die Spinne. Kommt die nicht mehr wieder? Nee. Nee, 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 nee. Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ja so gespeichert. Hm. Ja, komm. Uhuhu, uhuhu. Mutti. Blöde Vieh. Oh, meine Fresse. Meine Energie gibt auf. Aber ihr seht schon wahrscheinlich, wo es hingehen soll. Auf der Karte. Und zwar oben rechts. Aber vielleicht oben links kommen wir vielleicht auch noch weiter. Wir müssen ja alles abchecken. Auf jeden Fall ist jetzt hier Wind da. Und wir können uns hier einiges holen. Was wir vorher nicht konnten. So, und zwar will ich gerne diese Fähigkeiten-Zelle haben wir hier. Super. Speichern wir auch direkt. So, dann haben wir hier soweit alles, was erreichbar ist, ab. Und jetzt gehen wir mal nach links erstmal hoch. Huiiii. Ja, wir haben schon echt schöne Fähigkeiten mittlerweile. Ich glaube, hier kommen wir immer noch nicht hoch, oder? Ja, nee. Aber wir können ja vielleicht einen Vogel hier. Bieten uns zu folgen. Ja, komm. Komm, 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 komm. Nein, 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 Mutti. Komm. Aha. Wow, jetzt wird aber gefährlich. Bam. Eiskalt ausgenutzt. Schön. Na, das läuft doch. Wir haben über jetzt zwei Fähigkeitenpunkte. Das könnte man eigentlich mal... Achso, wir haben eine Verbindung für mich bereit. Ich warte mal, bis die bereit ist. Ich würde erstmal gerne gucken, was wir uns denn jetzt so leisten können. Eigentlich wollte ich ja jetzt in Richtung erstmal Dreiersprung gehen. Da brauche ich noch zwei. Für die Seelenverbindungseffizienz. Und was haben wir hier noch? Schnellflamme möglich. Gesternflamme eblich schneller aufzufeuern. Ah, ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Ob das gut ist oder ob das andere jetzt gut wäre. Hm. Dreiersprung ist mir eigentlich lieber, den versuchen wir erstmal zu kriegen. So. Ist unsere Seelenverbindung noch schneller am Aufladen? So. Jetzt müssen wir nochmal da rüber. Uhuhuhuhu. Kurz mal parken. Außerdem gibt es überall kleine Geheimnisse. Hahaha. Sehr schön. So. Nochmal wieder höher. Hahaha. Hahaha. So. Ihr seht es, wir sind auf dem Trauerpass. Mit ihren eigenen Waffen schlagen ist tatsächlich teilweise besser. So. Was können wir hier? Wir könnten mal was einsetzen. Vier Dinger. Machen wir auch noch. Aber erstmal schlicht gerne. Nicht ein wenig umschauen. Alles habe ich leider auch nicht in dem Kopf. Manchmal habe ich auch gar nichts im Kopf. Aber vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht unten bei dem. Was sein könnte. Den Viechern. Na ja. Das werden wir noch rausfinden. Äh. Da gibt es bergauf und bergab. Woh. Alter, was? Nee. Wohin? Ich stelle mich auch hier wie ein Lappel. Ich bin ja auch einer. Ist hier was? Ich wollte ja mal gucken. Und hier ist nix. Nix. So, wir sind auf dem Tritt. Ah, ja, 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 ja. Warum will ich alles umbringen? Kurz mal eine Speicherung hingegen. So, da war ein böser Laser-Strahl. Lass den gucken jetzt mal oben. Ach, du Scheiße. Ja, alles klar. Lass den gucken jetzt mal oben. Ach, du Scheiße. Überall Tore. Mal gucken. Das muss man erst mal irgendwie aufbekommen. Alles klar. Äh. Da geht es nicht rein. Und da oben geht es. Okay, da müssen wir wohl runter zum Laser-Strahl. Und da müssen wir auch noch mal die Speicherung mitnehmen. Ah, da brauchen wir vier Energie-Töne. Ah, na klar. Wow. Merf mich. Ah, muss man den wieder mitnehmen. Wow. Wow, 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 wow. Jetzt kommst du auch noch an. Alter. Spinnst du? Haben wir das hier gebrauchen? Au. Ja. 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 Oh, leck mich da mal. Alter, was ist los mit euch? Ah, okay. Da hätten wir noch was gebraucht. Wo geht es denn? Äh, da sind so viele Wege. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Scheiße. Das hat geklappt. Ich hätte das nur schlau anstellen müssen. Schieß. Nein. Jawoll. So, da haben wir schon mal einen Weg frei. Aber da kommen wir so erstmal nicht hoch. Ob mich wohl da hinführt. Okay, machen wir so ein Spinnchen platt. Das ist kein Fehler. Aber wohl, vielleicht muss ich da nach oben mal gucken. Schießen wir nochmal. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Ah, nice. Die wollen wir haben. Okay. Also erstmal Spinnchen platt speichern. So, jetzt bin ich am überlegen. Na, da werden wir wohl nicht durchkommen. Durch diesen wunderschönen Gang. Aber der führt zu dieser Zelle. Ah, ne. Das ist was anderes schon wieder. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, dafür brauche ich die Spinne. Die Uhr ist mal weg. Das brauche ich. Die will ich haben. Jetzt wünsche ich eigentlich, dass die Spinne wiederkehrt. Ich will versuchen, mich da hochzukommen. Und dafür brauche ich, glaube ich, Spinnchen. Fühlt mich das denn hin? Ich habe hier so viel freigeräumt. Aber es bringt mir alles noch nichts. Spinne. Komm. Bisher läuft eigentlich alles mal nach Plan. Alles tut die. Alles wunderbar. Ist ja auch mal selten, wa? Ja, aber so kann er nicht hochlaufen. Schade. Aber dann wäre ich sowieso auch nicht mit Sprung-Action durchgekommen. Ah ja. Au. Au. Das ist zu riskant. Ja. Nein. 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 Dämlich. Aber kann man dich nicht mitnehmen? Komm. Wenn du jetzt in die Stacheln springst, hau ich dich. Ja, hier. Ach, Mann. Ah ja, es funktioniert auf jeden Fall. Schon mal beruhigt. Ein bisschen heilen. Warte jetzt, bis die Spinne da ist. Und dann werde ich nochmal neue Speicherung vornehmen. Ganz einfache Prinzip. Damit wir nicht andauernd nochmal warten müssen, falls ich da verreckt an der Stelle. Außerdem kriege ich nochmal ein bisschen Löse. Und dann wieder. Die fehlt mir ja. Spinne. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es auf Gegner zu warten. Mähne, Hüte. Jetzt komm doch mal. Ah ja. Wunderbar. Danke. So, komm mal ran hier. Nein. Kriegen wir hin. Wir waren ja schon mal gut dabei. Wir waren ja schon mal gut dabei. Wir waren ja schon mal gut dabei. Okay. Wir waren ja schon mal gut dabei. Wir waren ja schon mal gut dabei. Wir waren ja schon mal gut dabei. Keeps zehn Mal. Wir waren ja화なんです. Vielen Dank.